Hi, mein Name ist Marco Wried und heute stelle ich euch mein neues Sieblingspedal vor, das Delay von X-Wive. Ich habe das Delay in den FX-Loop von meinem Engel in WDR 2 eingeschliffen und möchte euch ein paar Sounds präsentieren, die ich sehr mag. Viel Spaß! Wenn ihr den Timeregler auf 9 Uhr stellt, bekommt ihr einen coolen Rockabilly-Sound hin. Für ein cooles Rockdelay gehen wir natürlich erstmal den Overdrive-Kanal und stellen den Timeregler wieder auf 12 Uhr und Echo auf 11 Uhr und Feedback auch auf 11 Uhr. Ein sehr schönes Samtes Delay, was sich in eine Band wirklich gut einbettet. Manchmal mag ich es auch bestimmte Rhythmus-Sounds. Riffs mit einem kurzen Delay zu versehen, hat man nämlich diesen Chorus-Effekt. Gerade wenn man keinen zweiten Gitarristen in einer Band hat, kann das manchmal sehr, sehr cool sein. Dafür stelle ich den Timeregler wieder so auf 9, halb 10. Ah, 9 Uhr ist eigentlich perfekt. Und Feedback und Echo auch so auf 9 Uhr. Dann hat man diesen sehr voluminösen Rhythmus-Sound. Was fast so klingt, als ob zwei Gitarristen spielen würden. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr, 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 ihr habt viel Spaß mit eurem neuen Delay von XY. Ich bin begeistert und freue mich auf die vielen Gigs, die ich mit diesem kleinen Gerät verbringen werde in der Zukunft. Euer Marco Rietz.